Geopolitik, Teil 12 Recht und Macht sind unzertrennlich verbunden. Das Konzept eines Rechts zwischen den Völkern, wie es der Niederländer Hugo Grotius im 17. Jahrhundert vertrat, alle souveränen Staaten sind als gleiche zu behandeln und Krieg lässt sich allein nur zur Verteidigung der Souveränität rechtfertigen, ist im Wesentlichen eine Utopie. Meistens sind, so Robert D. Kaplan, die Grenzen zwischen Frieden und Krieg unscharf und internationale Verträge kommen nur zum Tragen, wenn sie durch Stärke und Eigeninteresse gestützt werden. Albert Einstein stimmte mit diesem Gedanken überein. Als er in seinem Brief an Sigmund Freud vom 30. Juli 1932 beklagte, dass Recht und Macht unzertrennlich verbunden seien. Die chinesischen Offiziere Liang und Xiangzu meinen, Anerkennung oder Ablehnung internationaler Regeln durch ein Land hingen häufig von dessen Eigeninteressen ab. Kleinere Länder hofften, die Regeln zu ihrem Schutz einsetzen zu können, während große Länder versuchten, mit Hilfe der Regeln die Kleineren unter Kontrolle zu halten. Eine Gruppe von Staaten sähe also die internationalen Beziehungen gerne auf dem Respekt vor dem Völkerrecht begründet, die Schwachen. Eine zweite Gruppe stützt die Beziehungen auf das geopolitische Gewicht jedes einzelnen Landes, die Starken. Infolgedessen wird das Völkerrecht weder von den Starken respektiert, noch lässt es sich von den Schwachen durchsetzen. Zehntens. Tu nicht selbst, was andere für dich übernehmen können. Bei allen größeren Operationen, die Täuschungsmanöver beinhalten, ist es eine geschickte Strategie, das Handeln nach Möglichkeit anderen zu überlassen. Bei der sprichwörtlichen Drecksarbeit lautet die probate Maxime, tu nicht selbst, was andere für dich übernehmen können. Vor allem niederträchtige Handlungen oder solche, bei deren Entdeckung man selbst in Schwierigkeiten käme. Oft wird ein entsprechender Auftrag gegen Bezahlung erledigt. Doch deutlich wirkungsvoller ist die Methode, andere durch List und Betrug zu den gewünschten Handlungen zu veranlassen. Bei geschickter Handhabung fällt kein Verdacht auf den Auftraggeber und die Betreffenden übernehmen ihre Aufgabe sogar freiwillig und mit Begeisterung. Spätestens seit dem 13. Jahrhundert setzten Staaten diese Strategie indirekter Kriegsführung auf dem Meer über sogenannte Freibeuter oder Privateers um. Der englische Begriff bezeichnet sowohl die Personen als auch die Schiffe, die zu diesem Zweck eingesetzt wurden. Dabei erteilten staatliche Behörden gewissen Seeleuten mit Kaperbriefen die Erlaubnis, zugunsten des betreffenden Landes gegen Handelsschiffe verfeindeter Staaten vorzugehen. Sie zu drangsalieren, zu behindern, zu überfallen, zu entführen, sie auszurauben und sogar zu versenken. Es ging also um nichts anderes als die Ausübung klassischer Piraterie. Überfälle auf Schiffe, um Passagiere zu entführen, die Ladung zu rauben oder sich der Schiffe selbst zu bemächtigen, gelegentlich auch, um anschließend Lösegeld zu verlangen. Nur, dass nunmehr eine vorgebliche Legitimation ins Spiel kam, die manchen Ländern in Kriegszeiten dazu diente, die Wirtschaft ihrer Feinde zu schwächen und die Schlagkraft der feindlichen Marine zu mindern, da ein Teil der Schiffe nun zum Schutz der Seewege abgestellt werden musste. So erweiterten die Staaten zeitweilig ihr nautisches Potenzial ohne zusätzliche Kosten. Die Freibeuter wurden durch die gemachte Beute entschädigt. Im 17. und 18. Jahrhundert stellten die Schiffe der Freibeuter einen erheblichen Anteil der Flotte, die den wichtigsten Mächten der Zeit zur Verfügung stand. Ihre Aktivität war zu einem lukrativen Geschäft geworden, das zudem behördlich gebilligt wurde. In jedem Land gab es Normen zur Aufteilung der Beute. Üblicherweise kam der Gewinn aus dem Verkauf der aufgebrachten Schiffe und der erbeuteten Waren zu einem Teil der Piraten zugute, dem Kapitän und der Besatzung. Den Rest erhielten die Eigentümer des Piratenschiffs, sofern es nicht dem Kapitän gehörte, und die Regierung des Landes, das den Kaperbrief ausgestellt hatte. Es lag in der Natur der Sache, dass die meisten Freibeuter einschlägige Erfahrung hatten. In vielen Fällen handelte es sich um ganz normale Piraten, wenn nicht um gesetzlose Kriminelle. Häufig wechselten diese schillernden Gestalten ständig zwischen legalen und illegalen Aktivitäten, je nach den Bedürfnissen der Länder, in deren Dienst sie gerade standen. Wenn gleich die Freibeuter sich einer gewissen Disziplin unterwerfen mussten, wenigstens insofern, als sie in einem allgemeinen Sinn weisungsgebunden waren, genossen sie bei der Ausführung ihrer Überfälle doch eine erhebliche Freiheit. In den Dokumenten, die ihre Position offiziell absicherten, wurde in der Regel festgesetzt, dass sich feindselige Akte gegen ausländische Schiffe an die eingeführten Kriegsgebräuche zu halten hätten. Aber es war nicht üblich, dass die Behörden dies näher überwachten, solange die Raubzüge dem betreffenden Staat von Nutzen waren. Zudem hatten Freibeuter den nicht zu verachtenden Vorteil, als Teil der Streitkräfte ihres Landes zu gelten, wobei ihnen ihre Gegner dieses Privileg nicht immer zuerkannten, manchmal auch, weil noch gar keine offizielle Kriegserklärung seitens des Landes vorlag, in dessen Namen der Freibeuter seine Missetaten verübte. Zu den Ländern, die dieses Mittel einsetzten, zählten vor allen Dingen Großbritannien in herausgehobener Position mehr als die Hälfte der berühmtesten Freibeuter handelte unter dem Schutz der englischen Krone, Spanien, Frankreich und Holland. Auch einige Länder in Lateinamerika machten von der Freibeuterei Gebrauch, allerdings in wesentlich geringerem Ausmaß. Einer der hervorstechendsten Fälle ist der des englischen Korsaren Francis Drake, 1540 bis 1596, der es in seinem intensiven Leben vom Matrosen- und Sklavenhändler zum berühmten Seefahrer brachte, der als Zweiter nach Juan Sebastiano Elcano die Welt umsegelte und schließlich zum Politiker und Admiral der englischen Flotte. Den Spaniern, die unter zahlreichen Überfällen Drakes zu leiden hatten, erschien er nie als etwas anderes, denn als Pirat, so sehr er auch in englischen Diensten stehen mochte. Dem englischen Volk freilich galt er als Held und Königin Elisabeth I. überschüttete ihn für seine Leistungen als Freibeuter mit höchsten Ehren. Dass er geadelt wurde, gründete unter anderem auf der Erbeutung zweier mit Gold und Silber beladener spanischer Schiffe in einem der einträglichsten Raubzüge aller Zeiten, obgleich die einschlägigen Aktivitäten ihren Höhepunkt vom 16. bis 18. Jahrhundert hatten, kam die Strategie bis ins 19. Jahrhundert hinein mit einer gewissen Häufigkeit zum Einsatz. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges verstärkten die Nordamerikaner ihre regulären Marineeinheiten durch Piratenschiffe. Am Ende des 18. Jahrhunderts setzte das postrevolutionäre Frankreich auf dem Atlantik und im Karibischen Meer Freibeuter ein, um die Seewege der Nordamerikaner und der Briten zu stören. Im amerikanischen Sezessionskrieg 1861 bis 1865 waren Freibeuter sowohl im Dienst der Nord- als auch der Südstaaten tätig. Mutatis Mutandis unterscheidet sich das Modell nicht wesentlich von dem der privaten Militärfirmen, die sich seit dem Ende des Kalten Krieges an Konfliktorten auf der ganzen Welt ausgebreitet haben. Die Regierungen der Länder, die diese Söldnerfirmen beauftragen, übertragen dabei ihr Gewaltmonopol auf Privatunternehmen. Diese handeln dann unter dem Deckmantel einer durchaus zweifelhaften Rechtslage. Moderne Söldner, die privaten Militärunternehmen. Private Militär- und Sicherheitsfirmen, deren Angestellte man als Vertragskräfte bezeichnet, werden bei der Umsetzung von Aktionen gebraucht, die ein Staat nicht direkt und mit eigenen Ressourcen ausführen kann oder will. Das erste derartige Privatunternehmen war die 1965 von David Sterling, dem Gründer des britischen SAS, und John Woodhouse, ebenfalls Mitglied des SAS, gegründete Firma Watchguard International, deren erster Einsatz im Bürgerkrieg im Nordjemen erfolgte. Infolge des Abbaus von Militärkontingenten nach Ende des Kalten Krieges, wegen der Zunahme niederschwelliger und asymmetrischer Konflikte und aufgrund der Zurückhaltung westlicher Länder bei der Verwendung ihrer eigenen Streitkräfte, die sich aus den erheblichen Sorgen begründete, welche Auswirkungen eigene Verluste in der Bevölkerung haben könnten, hat die Beauftragung von privaten Militär- und Sicherheitsfirmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten zugenommen. In der Gegenwart treten sie oft an Kriegsschauerplätzen auf und ihr Einsatzgebiet hat sich auf andere Felder ausgeweitet, etwa den Kampf gegen den Drogenhandel und die Piraterie, den Schutz humanitärer Helfer von Nichtregierungsorganisationen und der UNO oder die Terrorismusbekämpfung in Afghanistan, Pakistan und im Irak, wo beispielsweise 2007 mehr Vertragskräfte im Einsatz waren als reguläre Soldaten. Die einschlägigen Unternehmen sind in der Regel im Besitz politisch und ökonomisch einflussreicher Gruppen oder mit ihnen verbunden. Meist liegt der Hauptsitz in Steueroasen mit häufigen Wechseln, um den Fiskus zu entrinnen. Private Militär- und Sicherheitsfirmen generieren jährlich einen Umsatz von Milliarden von Dollar und sind als Käufer fortschrittlicher Waffen und Militärtechnologie überaus interessante Kunden für multinationale Rüstungskonzerne. Die Vertragskräfte selbst sind normalerweise ehemalige Armeeangehörige, Geheimdienstagenten und Polizisten, obwohl sich unter ihnen auch vormalige Kriminelle finden. Ihr Durchschnittsalter liegt zwischen 35 und 40 Jahren. Die Vorteile, die private Militär- und Sicherheitsfirmen den Staaten im Vergleich zu regulären Streitkräften bieten, sind zahlreich. Sie sind kostengünstiger, da sie nicht dauerhaft angestellt werden müssen und der Vertrag gekündigt werden kann, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Sie erhalten keine zusätzlichen Sozialleistungen, Krankenversicherung, Unterstützung für Verwandte, Pensionen und so weiter und verursachen keine Ausbildungskosten und sie gelten als hochgradig zuverlässig, weil es sich mehrheitlich um erfahrene Profis handelt. Darüber hinaus bieten sie durch ihre Erfahrung, Ausbildung und Ausrüstung einen höheren Grad an Effektivität, setzen undurchsichtige Aktionen diskret um, verursachen bei Verlusten einen geringen öffentlichen Widerhall und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Verfügbarkeit, Flexibilität und Spezialisierung aus. Nicht zuletzt kann man durch sie Vorbehalte und Verantwortlichkeiten umgehen. Allerdings ist ihr Einsatz auch mit Nachteilen verbunden, etwa ihrem fragwürdigen Status im Hinblick auf das Völkerrecht, auf die Gesetze und Gebräuche, die bei bewaffneten Konflikten gelten. Trotz der zahlreichen Skandale, in die Vertreter von privaten Militär- und Sicherheitsfirmen verwickelt waren, gibt es bisher keine internationale Einigung, die sie der nationalen oder internationalen Rechtsprechung unterordnen würde. In vielen Fällen bleiben Arbeitsbestimmungen unbeachtet, wird etwa Personal aus Entwicklungsländern zu niedrigen Löhnen und ohne Sozialleistungen unter Vertrag genommen. Überdies stellt der Einsatz von privaten Militär- und Sicherheitsfirmen das staatliche Gewaltmonopol in Frage. Vor allem aber unterliegen ihre Handlungen keiner demokratischen Kontrolle, insbesondere bei verdeckten Operationen. Bemühungen, die privaten Militär- und Sicherheitsfirmen zu regulieren, sind bis jetzt vergeblich geblieben. Grund dafür sind Diskrepanzen zwischen den Ländern, die Globalisierung der Branche samt den daraus folgenden Finanztricks, die ihre Verfolgung und Besteuerung erschweren, sowie die zahlreichen widerstreitenden Interessen. Die Internationale Konvention über den Einsatz von Söldnern, Teil des Zusatzprotokolls der Genfer-Konventionen von 1977, nimmt keinen Bezug auf private Militär- und Sicherheitsfirmen, hauptsächlich, weil diese nicht durch die Definition von Söldnern erfasst sind. Selbiges gilt für die 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedete Internationale Konvention gegen die Rekrutierung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern. Der jüngste Anlauf ist das Montreux-Dokument von 2008, das den Umgang mit privaten Sicherheitsunternehmen reguliert. Obwohl es von 17 Ländern ratifiziert wurde, verpflichtet es diese nicht zur Einhaltung der darin festgehaltenen Grundsätze. Es handelt sich lediglich um eine Liste mit 70 Empfehlungen zum Vorgehen in Konfliktgegenden zur Verfolgung von Verstößen gegen das Völkerrecht und der Verifizierung von Handlungen solcher Unternehmen. Kurzum, die privaten Militär- und Sicherheitsfirmen stehen in einer Zwischenposition, die ökonomischen und politischen Interessen von Staaten dient, ohne dass die öffentliche Meinung davon erfahren und die Regierung dafür Verantwortung übernehmen müsste. Zudem lassen sie sich verdeckt einsetzen, auch für Aktionen dubioser Natur. Die geringstmögliche Anstrengung im Krieg Zu allen Zeiten wurden auf Kriegszügen Dritte eingesetzt, die für die härtesten, mühsamsten und unangenehmsten Aufgaben zuständig waren, von taktischen Operationen bis hin zu Schandtaten wie willkürlichen Hinrichtungen. Nach dem Ersten Weltkrieg erhob das kommunistische Russland Guerillakämpfe zu einem wichtigen Teil der Kriegsführung. 1928 wurde auf dem Parteikongress in Moskau die Forderung erhoben, Maßnahmen einzuleiten, um im Kriegsfall auf diese Art des Kampfes vorbereitet zu sein. Wenige Jahre später, 1933, erschien das Handbuch Instruktionen für den Guerillakrieg, das in den Lehrkanon der Roten Armee aufgenommen wurde. Als 1941 der Krieg zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion begann, wurden zügig die ersten Guerillaeinheiten organisiert. Auch in Sibirien bildeten sich während des Zweiten Weltkriegs durch russischen und britischen Einfluss Partisanengruppen. Sie sollten die Wehrmacht in einen Abnutzungskampf verwickeln und das Deutsche Reich dazu nötigen, eine erhebliche Menge Truppen abzustellen, um auf dem Balkan die Kontrolle zu behalten. Zu diesem Zweck wurde Tito aus Moskau nach Serbien geschickt, mit dem Auftrag, die Leitung einer der wichtigsten Partisaneneinheiten zu übernehmen. Auch die Alliierten kamen auf diese Strategie zurück. Max Hastings schildert, wie bei verdeckten Operationen, in denen durch die Achsenmächte besetzten Gebieten Terroranschläge und Guerilla-Aktionen verübt wurden. Mit einer gewissen Häufigkeit werden Dritte eingesetzt, um Taten zu begehen, die selbst inmitten von Kriegswirren nur abscheulich genannt werden können. Dem amerikanischen Historiker und Arabisten Eugène Rogan zufolge ließen die Osmanen während des armenischen Genozids eine beträchtliche Zahl von verurteilten Mördern aus ihren Gefängnissen frei, um sie anschließend zu Banden zu organisieren, die als Metzger zum Einsatz kommen sollten. In den 1980er und 1990er Jahren soll die CIA Söldnern, die in Kuba Fidel Castros Bomben legen sollten, zwischen 2.000 und 5.000 Dollar pro Bombe bezahlt haben, zuzüglich Reisekosten. Kubanischen Quellen zufolge legten sich einige dieser Glücksritter derart ins Zeug, dass sie es auf bis zu 5 Bomben pro Tag brachten. Operationen unter falscher Flagge, Konflikte, Kriege und Auseinandersetzungen zwischen menschlichen Gruppen sind bekanntlich durch eine Vielzahl von Listen, Winkelzügen und Täuschungen gekennzeichnet. Wie Vincent Churchill gesagt haben soll, ist die Wahrheit in Kriegszeiten so kostbar, dass sie durch einen Wall von Lügen geschützt werden muss. Bei diesen Zwistigkeiten und Rivalitäten ist seit jeher eines der Mittel, worauf Staaten und andere mächtige Instanzen mit einer gewissen Häufigkeit zurückgreifen, die Durchführung verdeckter Operationen, die Tritten in die Schuhe geschoben werden. Das sind die sogenannten Operationen unter falscher Flagge. Ziel dieser Strategie ist es, sich einen wesentlichen Vorteil gegenüber einem Dritten zu verschaffen, der für die Aktion verantwortlich gemacht werden soll. Das kann ein erklärter Feind sein, einer, mit dem eine Gegnerschaft aufgebaut werden soll, oder auch ein Land oder eine Organisation, gegen die man andere aufbringen will, in aller Regel, um diese als Verbündete zu gewinnen oder damit zwischen ihnen und dem bewussten Dritten ein Zwist entsteht, der auf Dauer beide Seiten schwächt. Aber ebenso denkbar ist, dass der vermeintliche Schuldige als Sündenbock herhalten muss und womöglich nur zufällig ausgewählt wird. Auf dem weiten Feld, das von Operationen unter falscher Flagge betroffen ist, kann es sehr unterschiedliche Aktionen geben, von Terroranschlägen über militärische Angriffe bis hin zu Sabotageakten, Brandstiftung, Vandalismus und so weiter und Subversion. Sie können sowohl auf der körperlichen Ebene ansetzen, als auch, wie es aktuell immer öfter der Fall ist, bei nationalen und internationalen Kommunikationssystemen und im Cyberspace. Diesbezügliche Entscheidungen fallen auf politischer Ebene oder auch auf dem Schlachtfeld. Die Ausführenden Da es sich per Definitionen um verdeckte Operationen handelt, ist zu ihrer Ausführung qualifiziertes Personal erforderlich. Für gewöhnlich werden solche Aktionen von den Geheimdiensten geplant und geleitet oder zumindest koordiniert, die dafür auf ihre eigenen Mitglieder zurückgreifen, Agenten und oder operative Kräfte mit Unterstützung durch geschulte Techniker, auf Mitglieder von Sondereinheiten der Armee oder auf zum jeweiligen Zweck unter Vertrag genommenes Personal. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Spezialisierung der Geheimdienste auf undurchsichtige und lautlose, manchmal auch unsaubere Operationen sie für solche irregulären Aktionen besonders nützlich erscheinen lässt. Daher ist es üblich, dass sie dabei auf die eine oder andere Weise beteiligt sind, nicht selten als treibende Kraft, die im Hintergrund die Fäden zieht. Vor allem in Ländern, die sich nicht an demokratischen Maßstäben orientieren, gibt es immer wieder klare Hinweise darauf, dass die Geheimdienste hinter derartigen Operationen stehen, als richtiggehender Staat im Staat. Im Übrigen dienen Auftritte unter falscher Flagge in der stets wechselhaften Welt der Spionage häufig dazu, Agenten zu rekrutieren oder Dritte für Aktionen einzusetzen, deren Absichten ihnen verborgen bleiben. Enthüllungen Wenn Operationen unter falscher Flagge unter größter Geheimhaltung stattfinden, wie kann es dann sein, dass sie ans Licht kommen? Tatsache ist, dass sich viele dieser Aktionen, ob in der Geschichte oder in der Gegenwart nur schwer nachweisen lassen oder ein Nachweis sogar unmöglich ist. Was bleibt, ist das nebelhafte Panorama von Verschwörungstheorien. Zudem ist es immer wieder schwierig, die genauen Absichten derartiger Aktionen zu erkennen, was deren Aufdeckung zusätzlich erschwert. Dennoch sind manche Operationen unter falscher Flagge vollständig erforscht, sei es, weil sie durch Journalisten oder unabhängige Wissenschaftler detailgenau recherchiert wurden oder weil die Freigabe einschlägiger Dokumente erfolgte. Gelegentlich werden diese allerdings nicht vollständig zugänglich gemacht. Besonders kompromittierende Elemente erscheinen geschwärzt. In gewissen Fällen kommen Informationen an den Tag, weil ein reuiger Beteiligter auf dem Sterbebett davon spricht. Manchmal verspricht ein anderer Geheimdienst, sich Nutzen davon, die Handlungen seiner Widersacher an die Öffentlichkeit zu bringen. Das Thema ist allerdings differenziert zu sehen, da nicht alles, was wie eine Operation unter falscher Flagge aussieht, auch wirklich eine sein muss. Vor- und Nachteile für eine bestimmte Seite sind kein direkter Beweis für einen Verursacher. Es könnte sich auch um ein Zufallsereignis oder einen Unfall handeln, aus dem jemand Nutzen schlägt. Auch, dass ein Ereignis erwartbar oder vorauszuahnen war, bedeutet nicht, dass ein Eintreten direkt verursacht oder begünstigt worden wäre. Manchmal beschränkt sich das Handeln der Beteiligten darauf, einfach zuzulassen, dass etwas geschieht, während sie an die Vorteile denken, die sich daraus ergeben oder schlichtweg zu träge sind, um einzugreifen. Anwendungsbereiche und Absichten, die damit verfolgt werden. Die genannten Operationen werden auf unterschiedlichen Ebenen geplant und ausgeführt, ob von der Politik bis in die höchsten Sphären eines Staates oder in der beschränkten Umgebung der Taktik auf dem Schlachtfeld. Auf der politischen Ebene hängen sie häufig mit dem Kriegseintritt eines Landes zusammen, mit Terrorakten oder dem Einsatz subversiver Kräfte. Bezüglich des Zusammenhangs von Operationen unter falscher Flagge und Terrorismus ist an ein Zitat zu denken, das Stalin zugeschrieben wird. Zitat. Die leichteste Methode, die Kontrolle über ein Volk zu erlangen, besteht darin, Terroranschläge durchzuführen. Die Bevölkerung selbst fordert die Durchsetzung restriktiver Gesetze, sobald sie ihre persönliche Sicherheit bedroht sieht. Zitat Ende. Bei der Anwendung subversiver Methoden, die ein Land durch Untergraben der Moral, Loyalität und Zuversicht in der Bevölkerung schwächen sollen, bedient man sich etwa einer Tarnorganisation zur Verdeckung der wahren Absichten, rekrutiert Mitarbeiter, die bewusst oder unbewusst Aktionen zugunsten ihres Auftraggebers ausführen. Es werden falsche Gerüchte verbreitet und bestimmte gedankliche Strömungen gefördert. Freilich eignet sich dieselbe Strategie auch zur Gegensubversion, zum Beispiel bei der Inszenierung eines Staatsstreichs mit dem Ziel, die engagiertesten politischen Gegner aus der Deckung zu locken, um sie dann rasch und auf eine Weise unschädlich zu machen, die sich vor der nationalen und internationalen öffentlichen Meinung rechtfertigen lässt. Operationen unter falscher Flagge werden auch gerne dazu eingesetzt, die Bevölkerung kriegswillig zu stimmen oder ihre Unterstützung oder zumindest passive Duldung von Maßnahmen zu erreichen, die bereits eingeleitet oder in Planung sind. Schon der preußische Stratege Karl von Clausewitz wies darauf hin, dass es für den Erfolg einer militärischen Operation unabdingbar sei, zwischen Regierenden, Armee und Volk eine solide und unverbrüchliche Gemeinschaft von Ideen und Interessen herzustellen. Das häufigste Mittel, um die Bürger zu mobilisieren, ist die Dämonisierung des Feindes. Dieser wird als vollständiges Zerrbild dargestellt, bis er nicht einmal mehr als Mensch erscheint, um ihn mit umso wilderer Entschlossenheit bekämpfen zu können. Hierbei ist die Verbreitung von Lügen zur Aufwiegelung der öffentlichen Meinung eine gängige Methode. Dafür werden systematisch Falschinformationen verbreitet, psychologische Kriegsführung und die Manipulation durch die Massenmedien betrieben. Ist doch eines der Erfolgsgeheimnisse bei Operationen unter falscher Flagge, dass genug Bürger in den betroffenen Ländern, ja, auf der ganzen Welt davon erfahren, unter Verzerrung der Wirklichkeit, soweit das erforderlich ist. Man darf nicht vergessen, dass sich der menschliche Geist aus mehreren Gründen leicht manipulieren lässt. Wir neigen dazu, zu glauben, was wir glauben möchten oder was zu unseren vorgefassten Ideen passt, ob uns diese absichtlich eingeimpft wurden oder sich aus der Mentalität der Gemeinschaft ergeben, in der wir leben. Wir sind empfänglich für schlichte, insistente Botschaften und wir haben ein starkes Bedürfnis, Zweifel, die uns beunruhigen, aufgelöst zu sehen. Auf der operationellen Ebene erfolgen Aktionen unter falscher Flagge im Rahmen von Täuschungsmanövern, die den Gegner durch falsche Darstellung der Realität zu Reaktionen provozieren sollen, die den jeweiligen Interessen zugutekommen. Aus taktischer Sicht lassen sich Operationen unter falscher Flagge mit Fällen vergleichen, bei denen den Soldaten in der Uniform des Feindes auftreten. Diese Kriegslist dient in der Regel dazu, Informationen aus erster Hand über die Aktivitäten des Gegners zu erlangen oder gegnerische Anführer zu eliminieren. Denn wie Napoleon einmal sagte, Zitat, ein Spion an der richtigen Stelle zählt mehr als 20.000 Mann auf dem Schlachtfeld. Zitat Ende. Dokumentierte Fälle von Operationen unter falscher Flagge Historisch gibt es zahlreiche Fälle von Operationen unter falscher Flagge, von denen nur eine kleine Minderheit an die Öffentlichkeit gelangt ist. Unter den bekanntesten in der Antike sticht die von Nero im Jahr 64 verursachte Feuersbrunst heraus, die den römischen Christen untergeschoben wurde. Im 20. Jahrhundert ist eine Vielzahl von Fällen mehr oder weniger genau dokumentiert, hinter denen Militärs oder Geheimdienste aus der Sowjetunion, Japan, Deutschland, Großbritannien, der Türkei, den USA, Algerien, Bosnien, Indonesien und Serbien stecken, neben vielen anderen Nationen. Wenige Länder können unabhängig von der dort vorherrschenden Ideologie und der Frage, ob es sich um Diktaturen oder Demokratien handelt, von sich behaupten, auf dieses grundsätzlich heimtückische Mittel verzichtet zu haben. Man könnte sogar mutmaßen, dass in autokratischen Regimen vergleichsweise wenig Bedarf daran besteht. Diese können die Maßnahmen, die ihnen erforderlich erscheinen, ja offen ausführen, ohne Einwände aus der Bevölkerung oder seitens einer nicht existenten Opposition berücksichtigen zu müssen. In der Gegenwart wird davon ausgegangen, dass Cyberangriffe auf bestimmte Ziele häufig unter falscher Flagge stattfinden. Sie reichen vom Remote-Zugriff auf Computer und Handys bis zum Hacken von E-Mail-Accounts und Benutzerkonten in sozialen Netzwerken, deren Inhaber hinterher für illegale Aktivitäten gerade stehen müssen. Beharrliche Gerüchte über die Durchführung von Operationen unter falscher Flagge gibt es auch bezüglich der kriegerischen Konflikte, die in den letzten Jahren in Libyen, im Irak und in Syrien stattgefunden haben. Die indirekte Strategie der Vereinigten Staaten In der letzten Zeit hat Washington, vielleicht unter dem Eindruck fehlgeschlagener früherer Abenteuer, seine Strategie direkter Interventionen zugunsten einer deutlich indirekteren revidiert und greift nun im Allgemeinen auf Dritte zurück, um seine Ziele zu erreichen. Nach Darstellung von Richard A. Clarke gelang es den Vereinigten Staaten, im Unterschied zu ihren Erfahrungen in Korea und Vietnam, in Afghanistan die schlagkräftige Rote Armee zu besiegen. Maßgeblich war hierfür die Vermittlung der Geheimdienste der pakistanischen Armee, die mit finanzieller Unterstützung der USA, der saudischen Regierung und diverser Hilfsorganisationen aus rückständigen afghanischen Kriegern und mehreren tausend arabischen Freiwilligen eine fähige Streitmacht aufgebaut hatten. Insgesamt verbrauchten die Vereinigten Staaten auf dem Höhepunkt ihres Engagements in Afghanistan pro Jahr bis zu 600 Millionen Dollar. Diese Richtungsänderung verstärkte sich im Jahr 2001, als die Vereinigten Staaten als Antwort auf und Vergeltung für die Terroranschläge vom 11. September in Afghanistan einmarschierten. Um die Taliban ihrer Macht zu berauben, griffen sie auf die Milizeinheiten der Nordallianz zurück, die von einer relativ kleinen Gruppe von US-Spezialeinsatzkräften geleitet wurden. Zehn Jahre später schoben die USA zur Absetzung Gaddafis verbündete und befreundete Länder vor. Und in den wirren Szenerien Syriens und des Irak haben sie es hauptsächlich den Kurden überlassen, den sogenannten islamischen Staat zu bekämpfen. George Friedman empfiehlt eine Fortführung dieser Haltung. Seiner Ansicht nach sollten die Vereinigten Staaten Bündnisse bilden, denen andere Länder die Hauptlast der Auseinandersetzung tragen, während die USA sie wirtschaftlich, militärtechnologisch sowie mit der Zusage unterstützen, im Ernstfall ihrer Armee zu entsenden. Diese Politik ist in Präsident Barack Obamas Begriff des Leading from Behind zusammengefasst. Es geht, kurz gesagt, darum, weiter den Dirigentenstock zu schwingen, aber weniger aufzufallen, sodass der US-amerikanische Einfluss nicht ganz so offen zutage tritt. Synergien Bekanntlich entsteht, wenn verschiedene Beteiligte abgestimmt handeln, ein Mehrwert. Die Summe ihrer Anstrengungen zeitigt bessere Ergebnisse, als sie durch ein individuelles Vorgehen hätten erreicht werden können. Das bezeichnet man als Synergie. Strategisch gesehen werden Synergien auch in der Geopolitik eingesetzt, um ein Ergebnis zu erzielen, das dem isoliert handelnder Teile überlegen ist. Konkret schlägt sich das in Zusammenschlüssen, Bündnissen und Koalitionen zwischen Staaten nieder, seien diese nun dauerhaft oder nur vorübergehend für bestimmte Umstände geschaffen. Dazu gehören internationale Organisationen wie die UNO und die NATO und auch supranationale Gebilde, die durch eine gewisse Aufgabe von Souveränität zugunsten der Gemeinschaft geprägt sind, wie im Fall der EU. Die Zwecke sind unterschiedlich. Friede und Sicherheit, gegenseitige Verteidigung, ökonomische Vorteile, politische Kooperation, Militärische Operationen und anderes. Sogar die Supermächte sehen sich zu gewissen Partnerschaften genötigt, allerdings stets unter der Bedingung, dass sie dabei eine Führungsrolle übernehmen, etwa im Fall der Vereinigten Staaten. Tatsächlich wird die globale Vorherrschaft der USA, wie Brzezinski erklärt, Zitat, durch ein ausgetüftetes System von Bündnissen und Koalitionen untermauert, das buchstäblich die ganze Welt umfasst. Zitat Ende. Manchmal erscheint eine Verbindung unterschiedlicher Kräfte auf den ersten Blick nicht plausibel. Sie ergibt sich zwischen Ländern oder Organisationen mit prinzipiellen Differenzen, wenn diese einen gemeinsamen Feind oder punktuell gemeinsame Interessen haben. Kissinger nennt in Weltordnung als Beispiel die mutmaßliche Kooperation, zumindest durch stillspeichende Übereinstimmung, zwischen dem Iran und dem Taliban-Regime und sogar Al-Qaida als ein gemeinsamer Gegner ins Visier genommen wurde, die Vereinigten Staaten. Die Regeln der islamischen Revolution in Teheran wurden so interpretiert, dass sie eine Kooperation jenseits der sunnitischen-scheitischen Gespaltenheit ermöglichten, um breitere antiwestliche Interessen zu betreiben, einschließlich Waffenlieferungen an die sunnitisch geprägte Hamas, deren Dschihad sich gegen Israel richtet und manchen Analytikern zufolge auch an die Taliban in Afghanistan. Kissinger fügt hinzu, gewissen Berichten zufolge hätten die Anhänger von Al-Qaida ebenfalls die Erlaubnis, von iranischem Territorium aus zu operieren. Zuweilen werden Bündnisse und Zusammenschlüsse durch starken äußeren Druck ausgelöst, der staatlich sein kann oder nicht, zum Beispiel Terrorismus. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ging Bismarck davon aus, dass ein potenziell dominanter Staat im Zentrum Europas fortwährend Gefahr laufe, dass sich alle anderen zu einer Koalition vereinigten, wie es im 18. Jahrhundert mit der Großen Allianz gegen Ludwig XIV. geschehen war und am Beginn des 19. Jahrhunderts in den Koalitionskriegen gegen Napoleon. Von Tstrom und cocaine Bis zum nächsten Mal.